Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und der Tina auf der alten Map unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr krasse, actionreiche und auch sehr, sehr spannende Runde. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch ans Herz legen, dass im Anschluss der DLC bzw. das Giveaway ausgelost wird von vor zwei Tagen. Wenn ihr also mitgemacht habt, könnte es sein, dass ich euch ziehe. Und jetzt habe ich noch ein kleines Giveaway für euch. Und zwar gibt es einen DLC nach Wahl. Konsolen können auch gerne mitmachen. Xbox kann mitmachen und Playstation kann mitmachen. Einfach ein Abo dalassen und einen Kommentar schreiben und ihr seid dabei. In zwei Tagen oder in drei Tagen, muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe, lose ich dann aus. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Macht rein, viel Spaß. Hast du dir gerade deine nackten Füße angeguckt? Ja. Hab ich's gesehen. Sieht gar nicht mal so gut aus. Nö. Sonja guckt auch drauf. Könnt ihr den Dreck mal bitte ablutschen? Ja. What the fuck? Stell dir mal nicht so an, ne? Niemand gesehen? Fuck. Oh nein, das wird Skapa. Oder Kapelle. Gleichgebiet wechseln? Ja, wird Cyprus. Ja, können wir machen. Ja, wahrscheinlich. Ich hab doch eine kleine Hoffnung, dass es der Catfish wird. Ja, dann lass uns Pitching mitnehmen. Jo. Hast du? Könnt ihr beide nehmen? Yay. So. Tina Kassi. Jo, hab ich gehört. Hast du so viel Geld, Sonja? Ich hab auch knapp 70.000. Ach du Heilige, mit wem bin ich denn hier unterwegs? Mit den Rich Bitches. Ja. Gut, dass ich das nicht gesagt hab. Healing? Ich glaube, es könnte, du könntest recht haben. Ja. Mit den Rich Bitches. Wenn das eine gute Runde wird, wisst ihr, wie sie heißt? Ja. Hier sind welche vor mir. Leise, leise, leise. Wo denn? In Healing war eben was drin. Da oben drauf, da oben drauf, da oben drauf. Auf Mauer. Fiesel? Ja. Hat Hit. Hat auch von mir Hit. Wow, das ist überlebt, ne? Ich war mir sicher, ich hab's selbst gehört. Da war er hinten draußen. Ich kann nicht hinpingen, leider. Der ist reingerannt, glaube ich. Also Richtung Inkumpound rein. Ja, da muss aber dann noch mehr sein, weil er selber gecroucht ist, geduckt, ne? Der hat mich, glaube ich, gehört. Ja, die laufen. Meine. Mhm. Wo, oben, aus dem Fenster? Der ist hier im Mittelteil. Klo leuchtet auf. Jetzt nicht mehr. Ja, Catfish. Die laufen noch auf Drecht. Da hinten rausgelaufen, ja. Ist jetzt nur eine oder mehrere? Ne, mehrere. Okay. Also, zwei mindestens. Aber wo sind die jetzt hin? Das wissen wir leider nicht. Wir sollten einfach weiterlaufen. Wir Richtung von Stillwater hinten lang, glaube ich. Also Richtung Stillwater und dann runter. Dass der nicht umgefallen ist, ne? Wir haben den beide getroffen. Ja. Hast du eine Uppercut? Ja. Dann ist es noch witzloser, dass der nicht umgefallen ist. Weißt du Bescheid. Das sind die aber nicht. Doch, doch. Ich glaube schon. Die sind hinten durchs Feld gelaufen. Hm. Ja. Ich glaube schon. Scheiße. Ich habe mich vorbeigeschossen. Oh, auf dem Dach oben. Das ist glaube ich nicht mehr oben. Nee. Nice. Hopp on. Ja. Da ist noch einer. Hat Hit? Wo? Habt ihr den? Ja. Oh, habt ihr den beide verfolgt gerade? Ja. Wow, ich habe die Rich Bitches. Ich sage es euch. Ich gucke mich um, ja? Ah, die anderen kommen. Ja, die anderen kommen. Willst du oder soll ich nehmen? Drei. Ist mir ganz egal. Ich sehe nur zwei auf Westen. Die haben irgendwas zum durchgucken. Wetten? Was hatte der denn hier oben? Romero Conversion. Und er? Bugs. Ich nehme mir mal kurz die Sparks, ja? Ja. Ja, der hier unten auch decrault, weil. Kannst du noch mal gucken, wer hat denn aufgenommen? Ich. Kannst du gucken und kannst du mir mal genau sagen, wo? In welcher Himmelsrichtung? 2,85 und genau auf Westen. Okay. Er muss dann im Haus gesessen haben. Der hat den Sniper, wie gesagt. Ich habe einen Nekro. Soll ich einen Nekron? Ja, ja. Der hat eine Mosin-Sniper. Ja, erst mal ein bisschen die Füße stillhalten, ne? Ja, ja. Ich habe es mir gedacht. Also, wenn die so weit weg sitzen, müssen die es einfach haben. Die anderen kommen auch runter. Das ist gut für uns. Die Bounty kommt. Das ist sensationell. Komplett nach Südwesten rumgemoved und ich habe nur noch einen Mini-Punkt gesehen. Ja, die stehen am Ausgang. Ja, weil die gesehen haben, dass die Bounty kommt. Mhm. Die sind jetzt beim Wagen, die anderen. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich sage mal, wir sitzen hier noch länger drin und das Team, das zweite Bounty-Team, verliert. Und dann muss... Ich hoffe, na ja, gutes Problem ist, wenn die eine Bounty aufnehmen. Und dann muss unser Ghost, Tina, rummoven, weil wir sonst keine Chance haben. Mit einer Bomblet? Naja, hast ja noch eine Pistol dabei. Ja. Also, wir können nicht move'n. Wir haben die Bounty. Es wäre echt geil, wenn wir die wieder hinlegen könnten, ne? Ja. Okay, die anderen sind da. Die meinen es auch ernst. Ich schaue nur mal, ob es zwei oder drei sind, ja? Ja, mach mal. Zwei? Einer sitzt zweit weg, glaube ich. Achso, okay. Der ist ganz weit hinten und snipert. Ja. Dann war der nicht zu sehen. Einer war bei dir oben auf der Ebene. Oh, einer ist hier, ja. Hat Hit? Eins? Down. Nein, wo bist du denn da hinten? Tina, hier vor mir. Ich nehme die Bounty. Ich kann nicht. Schauen wir mal, ob die anderen mittlerweile herangekommen sind. Das war schön. Nicht. Zwei Mann ganz weit weg da hinten. Sniper, das sind die, gell? Mhm. Einer ist unter, ja. Pass auf, Sniper von links. Yo, Mann! Gib dir mir direkt einen Headshot. Ich liege safe da, die ist tot. Oh, ich hab, ach du Scheiße, ich hab nur noch, ähm, 75. Versuch's dann, ja? Mhm. Deiner links weg. Warte mal, soll ich ne Cho- Okay. Ja, aber bist dann. Ich könnte ne Cho- Ja, jetzt aimt er sowieso ab. Nimm nur nicht die Bounty auf, Tina. Ne, ne. Sonst sind wir gelatzt. Ich glaube, der kommt ran, der eine. Achso, lootet die mal hier drin. Habt ihr schon? Weil ich hab Geier. Ich hab schon. Ich hab schon. Tina, loot mal. Ich hab nämlich noch keinen gelootet. Hm, gleich. Oh, das hat er neben geschossen. Danke. Den hier könnt ihr auch looten. Hm, ich geh auf Westen und Nordwesten. Hm, da sind nur noch die zwei, gell? Das sind die Sniper. Habt ihr drinnen die gelootet? Die drinnen hat die gelootet. Ne, ne, ich hab doch Geier. Komm her. Da. Und. Da. Ich mach mal hinten rauschener Chaos. Hm. Vielleicht lenkt er die ein bisschen ab und ich komm an einer anderen Bounty dran. Hm. Solltest du rankommen, wenn du da einmal schnell hinläufst? Ja. Einer ist jetzt Nordwesten und einer Südwesten. Wie viel Leben hast du noch, Sonja? 100. Willkommen im Club. Ne, ich hab, ich hab 25. Ne, ne, 125 hab ich. Ne, ich hab 75 nur. Ach Gott, es fällt. Ich wollte gerade mogeln. Möchtest du nochmal in die Schule gehen? Ja. 315 und 270, 255. Ja, ich hebe meine fünf Minuten auf, falls Tina... Fünf Minuten. Hahaha. Meine fünf Sekunden auf, falls Tina los muss. Ja. Ja, ich hab ja auch noch vier. Ah, okay. Ach, Alter, das ist doch auch nicht. Du musst irgendwann wandern, Tina. Es führt kein Weg dran. Doch, du läufst am besten hinten Richtung Osten, ganz weit. Und dann movst du einmal komplett rum. Ganz leise, still und heimlich. Richtung Südosten, oder was? Ja, ja, ganz... Also erst einmal Nordosten, Richtung Stillward, und dann ganz leise rum, rum, rum... Ähm, was ist denn los? Rum, rum! Das ist der Rum. Jan, das ist der Rum. Oh Mann, ey. Good luck. Ja, danke. Ich guck kurz, wo die sind, ja? Die sind beide auf Westen, Südwesten, und sie sehen dich überhaupt nicht, wenn du da hinten rummuchst. Aber man muss ganz am Rand lang laufen. Kannst du ruhig ein bisschen lauter sein, das hören die nicht. Ja, ich vermeide das mal. Wo läufst du denn lang? Bin ich stillwarder? Nee, ich will hier hinten rum. Ah, okay. Ja, gut, das geht auch. Es sollte Richtung Süden gehen, und dann habe ich gesagt, gehe ich hier aus und rum. Nee, Richtung Osten, und dann Nordosten hoch, hatte ich gesagt. Lecken wir doch am Arsch! Egal, die Rich-Bitches verstehen das nicht so gut. Schnauze! Die haben die Moneten in den Ohren. Schnauze Bosowski! Das geht in die Hose. Hose. Ich guck noch mal kurz. Ihr weißt halt immer noch nicht, wo die sitzen. Warte, ich gucke. Oh, einer ist... Oh, einer ist... Also, einer Nordwesten, einer Südwesten. Pass auf. Einer ist... Warte mal, ich muss noch kurz auf die Map. Einer ist neben dir irgendwo. Du läufst dem gerade hin. Ich glaube, irgendwo bei der Hütte. Oh je. Links neben der weißen Hütte, die da steht. Also nicht da, wo du gerade bist, sondern... Da, wo der abgeschnittene Reiter liegt. Das Haus. Ja, okay. Da ist er links daneben irgendwo. Aber du bist nah an ihm dran. Hey, 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 der abgeschnittene Reiter. Was liegt denn hier in der Luft? Eine Joke? In der Luft. Die Luft ist so rein. Rein in der Luft. Sollen wir mal schießen? Ja, könnte man machen. Reicht. Oh man, gut, dass ich geschossen habe. Ich hatte nur einen Schuss drin. Also, meinst du jetzt die Hütte hier? Ne. Doch. Okay. Da sitzt... Warte mal, ich gucke jetzt mal. Ich loote noch hier draußen. Ja. Du bist an ihm dran irgendwie. Der müsste noch ein Stück vor dir sein. Ein Stück zu unserem Compound hin. Ja. Liegt unten nicht noch einer? Ja, ne? Wo habt ihr den? Ja, doll. Hab ihn. Nice! Okay. Geil, Tina. Ah, hier liegt der. Und der andere kommt jetzt ungefähr in der Richtung dahin. Den müssen wir kriegen. Ja, der ist... Hör ihn. Okay. Wir kommen. Ja, ich komme. Kommt aus meiner Sicht aus Norden. Ich habe ihn gesehen. Der ist beim weißen Haus jetzt. Ja, ja, ich höre ihn. Ohm auf dem Dach, ist er. Ist immer noch ohm auf dem Dach. Immer noch. Bit. Enderfekt. Ist runter. Läuft noch da? Nate? Hat Hit von mir. Hit? Wo ist er? Hab ihn. Oh mein Gott. Okay, nice. Oh, Tina, das war sensationell. Wow. Die sensationelle Taktik. Ja, anders ging es nicht. Ja, das war gut. Also wir hätten sonst ewig lange da drin gesessen. Ja. Das haben wir richtig gut gemacht. Echt gut, ja. Oh, das ist mir ganz schön kumpelig. Der war auch noch so schön zu sehen. Der ist schön hell angezogen gewesen. Ja, ja, das war der, den wir oben drauf angeschossen haben, ähm, Sonja. Ah, okay. Hier stand er einfach so. Voll gut. Darf ich die zweite Uppercut mitnehmen? Ja. Hier liegt ne Dings noch, ne Bunny, wenn jemand möchte. Ich spiel die eh nicht. Du spielst sie doch immer, Tina. Ja. Die ist teuer. Post 700, die Scheiße. 500 Dollar gelootet. Oh, hab ich mich verjagt, Mann. Okay, ich würde sagen, wenn ihr eure Kids speichert, heißt die Runde Rich Bitches. Ja. Sagt der, der 500 gelootet hat. Ja, aber ihr, hallo, ihr habt 70.000. Ich hab 2.800. Wo wollt ihr jetzt eigentlich hin? Weiß ich auch nicht. Ich laufe so unter, ja. Ja, ich will hier noch looten, eben. Ah, ja, ja, ja. Ach so. Wie Tina Angst hatte, da rumzulaufen. Was? Wieso denn ich? Ja, weil ich immer Pech hab mit sowas eigentlich. Ja, aber... Ich hab immer entdeckt einen, so. Keine Ahnung. Aber das hast du sehr gut gemacht. Damit haben die überhaupt nicht gerechnet. Ja, danke. Acht Kilo Leros. Mhm. Was ne Runde. geklappt hat sie richtig, richtig gut gemacht. Ähm, ja. War ein hin und her irgendwie, keine Ahnung. Ich hab ziemlich viel rausgeschnitten tatsächlich aus der Runde, weil die sehr, sehr lange gedauert hat. Ich glaub, ich hab insgesamt, äh, zehn Minuten oder so rausgeschnitten, weil wir haben oftmals im Compound gesessen und nichts ist passiert. Und was willst du denn da machen, wenn du Sniper gegen dich hast? Ähm, da musst du entweder abwarten spielen oder pushen. Aber wenn die halt so gut platziert sind, dann ist Pushen schwierig. Also für uns war Pushen nicht so einfach und ich denke, dass das der beste Plan war. Sonja hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Die hat den seitlich da richtig, richtig gut weggeholt. Richtig stark gemacht, liebe Sonja, wenn du das siehst. Und, ähm, ja. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Jetzt losen wir den Gewinner vom letzten Giveaway aus. Dazu muss ich hier erstmal ganz kurz, ähm, die Aufnahme abbrechen. So, und jetzt geht's mit der Auslosung los. Mit der Auslosung los. Und zwar bin ich dann auf meinem Video hier. Kopiere mir den Link. Dann füge ich den hier ein. Filter die Duplikate. Löse die Matheaufgabe. Und wir haben 105 Kommentare. Dann schiebe ich mich hier rüber. Und wir starten das Ganze. Ich bin sehr gespannt. Der Schleusenwerter. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt mich am besten auf Discord an. Und dann können wir klären, was du für ein Dings hast. Du musst gerade mal gucken. Ist dir die Plattform nicht erwähnt worden? Wollte ich fragen, ob die Plattform egal ist. Die Plattform ist egal. Kannst mir schreiben. Xbox, Playstation oder PC. Musst du mir dann halt Bescheid sagen. Herzlichen Glückwunsch. So und jetzt machen wir den Hintergrund wieder hin. Dann ziehe ich mich rüber. Denkt beim heutigen GWW auch mitzumachen. Und jetzt denkt ihr auch noch an meinen Teamspeak. Das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben wir das nämlich extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Team.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber Teamspeak, Marble, Rootserver, Gameserver, Webserver etc. sucht. Seid da eine super Adresse. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns heute Mittag ab 14 Uhr auf Twitch, wenn ihr Bock habt. Oder morgen 9.30 Uhr nächstes YouTube-Video. Haut rein. Tschüss.